so hallo und herzlich willkommen zurück zu zocker manager 2016 das letzte spiel gegen schalke haben wir ja verloren gut damit müssen wir fertig werden alt wird mit seinem team nach den 23 niederlage gegen fc schalke 04 nicht zufrieden sei das teile ich auch ja das nächste spiel war glaube ich gegen augsburg wollen wir mal schauen köln 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 spielplan freundschaftsspiel augsburg ja da wollen wir mal gucken was da so passieren kann wir wollen jetzt einfach mal versuchen in dieser folge zwei spiele hintereinander zu machen damit man ein bisschen vorangeht hier und dann wollen wir jetzt mal weitermachen mal gucken ob ich das noch alles beherzigen kann was man mir so vorgeschlagen hat das war zweite liga das interessiert uns jetzt mal etwas weniger wir haben jetzt montag durch dass das das hier immer noch diese meldung kommt das da wird man immer wieder daran erinnert dass man gegen schalke sich da hat in letzter sekunde naja nicht ganz in letzter sekunde aber dass man sich hat noch mal einen rein drücken lassen wann spielen wir denn gegen augsburg 20 uhr auch das ist ja sogar in der woche über mittwoch gut wir spielen alle da und mal gucken wir spielen ne warte mal ne wir spielen ja gar nicht gegen augsburg das ist ja mainz wo sind wir ach das ist pokal jetzt lese ich es gerade ja gut da haben wir ja spielfrei da sind wir ja auch schon rausgeflogen gegen paderborn gut augsburg hat gewonnen ist natürlich jetzt gestärkt moralisch da haben wir jetzt die nächste auslosung für eine gegen die auslosung ja gut was haben wir denn am bundesliga ist kaiserslautern zweitligist bundesligist 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 also zwei zweitligisten sind noch im wettbewerb pokalauslosung kommt glattbach gegen den pauli hat es am leichtesten würde ich sagen dortmund gegen ingolstadt hat es auch leicht schalke gegen augsburg müssten sie eigentlich auch packen kaiserslautern gegen bayern bayern ist ja auch raus pokalauslosung naja wunderbar so jetzt steht das erste fc köln hofft aus der heutigen begegnung mit dem fc augsburg im stadion slg arena die drei punkte mitzunehmen mitnehmen zu können so ja das hoffe ich natürlich und dann wollen wir mal schauen was uns da erwartet wir gehen jetzt erstmal weiter erste liga wann spielen wir denn wir spielen um 15 uhr das ist ja samstag also ich hatte mich da jetzt gehört es war natürlich keine englische woche das war ja pokal da war ich ja schon raus so bayern spielt gegen bolsburg wollen wir noch mal ganz kurz einen blick auf die tabelle werfen dortmund ist ganz oben bayern da drunter knapp bolsburg ja das sind so die favoriten auch glattbach ist auch noch mit schalke so die kommen dann danach hoffenheim ist dann schon wieder drei punkte darunter also das ist auch nicht so schalke so die gegen hier so noch mit oben rein die streiten sich um diese uefa pokalplätze und ja hier oben die um die champions die plätze da wollen wir mal schauen was da so passiert wir gehen einfach mal weiter jetzt mannschaft das war das spielplan taktik taktik haben wir ja wir spielen jetzt auch erstmal so würde ich sagen wie sieht es dann mit meinen jungs dann aus die hatten ja eine pause der lehmann der müsste vielleicht noch mal ausgewechselt werden der hat nur 91 der rest geht eigentlich der lehmann ist ein defensiver mittelfeldspieler oder zentrales mittelfeld spieler ein defensiver mittelfeldspieler wen haben wir denn da noch so machen wir mal auf der ersatzbank gucken defensives mittelfeld haben wir denn da überhaupt offensives mittelfeld offensives mittelfeld offensives mittelfeld will ja immer da spielen ein defensives mittelfeld haben wir im moment auch gar keinen dann machen wir mal weiter wir haben wieder diesen spielplan und dann gehen wir jetzt einfach mal weiter mir ist ja geraten worden immer bei 100% dann muss ich den den lehmann irgendwie dann nochmal austauschen oder ja ich weiß es noch nicht wen haben wir denn da so bei bei augsburg ist das ein schlüsselspieler und der hektor ist bei mir ein schlüsselspieler der ist auch defensives mittelfeld der hektor ein verteidiger aber auch er spielt bei mir glaube ich im moment in der verteidigung so dann wollen wir mal loslegen da haben wir jetzt nochmal die möglichkeit automatisch aufstellen informationen haben wir anweisungen ja ich ich scheue mich davor da noch irgendwelche aggressiven anweisungen zu machen ähm und das hier sind diese boostsachen da müsste man diese sm-punkte haben oder was sind das nochmal doch sm-punkte da wollen wir jetzt im moment aber noch nichts machen wir wollen mal gucken Partie austragen wir wollen einfach hoffen dass wir das Beste daraus machen Köln ist in Rot und die sind in Weiß wir starten einfach mal das Spiel dann wollen wir mal gucken Augsburg hat schon eine Ecke und wir gehen auch gleich zurück und wir gehen auch gleich zurück trotz der eine Schatz oh mein Gott und schon wieder eine Schatz das war aber von den eigenen Leuten jawoll und das war doch ein bisschen aus der zweiten Reihe war das nämlich jawoll so erste Halbzeit ist rum 1-1 kann ich eigentlich im Moment noch mit zufrieden sein Bittencourt der ist aber auch ein offensiver Mittelfeldspieler offensives Mittelfeldspieler recht links zentrale geht es aber auch dann nehmen wir den Bittencourt mal wieder rein der sieht zwar jetzt nicht so gut aus da auf der Ecke wenn ich das tausche dann sieht er auch nicht so gut aus aber das ist mir scheißegal der Lehmann soll raus der Lehmann soll raus der Gerhard ist noch ein defensives Mittelfeld sehe ich gerade der Gerhard dann nehmen wir den Gerhard raus rein viel mehr so machen wir es nämlich so zurück zum Spiel und dann auf gehts weiter Taktische Veränderungen so Veränderungen angefordert ok auf gehts zweite Halbzeit Risse ja oh oh und die Ecke ja voll ja voll na endlich ja voll 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 ich muss jetzt entscheiden Jetzt halten wir das ganze mal an und jetzt wollen wir mal, wo war denn das jetzt nochmal? Ich habe das ganz vergessen. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt. Gesamtes Spiel aus wie Taktik. Ja und dann wollen wir doch mal den Zoller mal wieder bringen. Und dann sagen wir mal, achso und der Risse, der hat es eigentlich auch mal verdient zu pausieren. Da können wir den Bittenkort mal nehmen. So und das müsste es eigentlich jetzt gewesen sein. Jetzt haben wir mal eine, ich habe 4-1. Also wenn ich das jetzt nicht machen würde. 4-1. Endlich mal ein richtig schöner Sieg. Na also, der Risse, man of the match. Das finde ich auch ganz hervorragend, dass der das geworden ist. 79. 47. Ok. Ja, das war das Spiel gegen Augsburg. Wollen wir mal hoffen, dass wir das Spiel gewonnen haben. Jawoll. Nächste Auszeichnung. Und das gab jetzt auch endlich mal richtig was an Punkten hier. Aber ich brauche noch ein bisschen bis 5000. Aber das steigert auch die Moral also von der Sache her. Aber das ist ja schon eine ganz interessante Geschichte. So. Wollen wir mal durchgucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da sind noch zwei Spiele. Aber wir können trotzdem mal durchgehen schnell. Hoffenheim gegen Ingolstadt hat Hoffenheim gewonnen. Wolfsburg hat gegen Bayern gewonnen. Das ist natürlich ganz hervorragend für mich. Dortmund hat gegen Stuttgart gewonnen, aber ein bisschen zu hoch finde ich. Darmstadt hat gegen Hamburg gewonnen. Hamburg verkacken sie wieder. Dann Schalke hat gewonnen gegen Leverkusen. Die haben sich also mit da oben reingeschlichen. Und Blattbach hat verloren. Die haben jetzt einen Anschluss nach oben verloren, möchte ich wetten. So. Die Fans verfolgen das jetzt zu 1 der Mannschaft über Ausdruck mit Begeisterung. Ja. Das ist endlich mal eine gute Nachricht. Sonntag. So. Wir haben ja noch ein paar Sonntagsspiele. Die wollen wir dann mal gleich durchgucken. Wir haben ja noch Werder Bremen gegen Hannover und Mainz gegen Eintracht. Ja. Hannover gewinnt gegen Werder. Und Werder ist jetzt ganz schön abgeschlagen. Also für die gebe ich kein Pfifferling mehr. Und Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Mainz 3-0. So. Ja. Darüber freue ich mich natürlich total. Wir haben jetzt den Sonntag. Ja. Der hat eine Verbesserung auf dem Trainingsplatz. Der ist gestiegen auf 87. Das gefällt mir auch ganz hervorragend. So. Jetzt haben wir noch ein Montagsspiel. Das ist zweite Liga. Das interessiert uns aber jetzt mal gerade nicht so. So. Da haben wir nochmal, dass die Betreuer da erfreut, zur Kenntnis genommen haben, dass Marcel Risse seit einiger Zeit im Training sehr gute Leistung zeigt. Das haben wir ja eben schon gehabt. Ja. Das bestätigt natürlich wieder einiges. So. Jetzt haben wir noch die Champions League und da wollen wir mal ganz schnell drüber fliegen. Borussia Dortmund ist da noch mit drin in der Champions League und in der Europa League. Haben wir glaube ich Augsburg. Augsburg. Ja. Heute nur Augsburg. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Borussia München-Gladbach verliert und Augsburg auch. Okay. Ja. Die werden wohl auch in der Champions League. Das sind die anderen großen Mannschaften, die da mehr bringen werden. Wollen wir mal gucken. Der nächste Spieltag davon. Da spielen Leverkusen und die Bayern. Und Wolfsburg auch. Jawohl. Und dann haben wir hier unten noch die Schalker und Borussia Dortmund, die da noch mit zu reden haben in der Europa League. Das sind also jetzt so die Mannschaften, die vielleicht auch noch was reißen können. Wollen wir mal gucken. Leverkusen verliert gegen Arsenal. Bayern gewinnt ganz klar gegen Manchester City. Und was ist mit Wolfsburg? Wolfsburg verliert natürlich gegen Manchester United. Also Bayern sind die einzigsten, die da wohl mithalten können in der Champions League. Und Borussia Dortmund gewinnt gegen Zwolle. Auch ganz klar eigentlich. Und Schalke verliert gegen Istanbul. Na ja gut. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber okay. Muss man mit leben. Der Donnerstag ist rum. Jetzt haben wir den Samstag. Verschlechterter Bewertung. Thomas Kessler. Das ist der zweite Torhüter. Glaube ich. Wollen wir kurz gucken. Kessler ist der zweite Torhüter. Okay dagegen werde ich wohl jetzt auch nichts machen können. So. Jetzt haben wir das nächste Begegnung gegen Hamburg. gegen Hamburg. Hamburg müsste man ja eigentlich ausschlagen zu Hause. Also ich bin auch sehr zufrieden im Moment mit meiner Mannschaft. Also sie haben gegen Augsburg wirklich sich wieder Mut angeschossen. Würde ich mal so behaupten. Wir haben aber nur drei Spiele sehe ich gerade. Der Rest ist wohl den Sonntag. Gut. Ich bin dabei. Das ist wichtig. Und Frankfurt ist mit Sicherheit auch ein interessantes Spiel. Wollen wir schauen. Ja. Wir zu Hause im Rhein-Energie-Stadion gegen Hamburg. Das ist natürlich ganz hervorragend. Der Hector. Warum ist der immer ein Schlüsselspieler? Verstehe ich jetzt aber eigentlich auch nicht. Ja. Und dann kommt der. Ja gut. Okay. Timo Horn. Und der Modest. Ja wenn der nicht trifft. Dann sieht es immer alt aus. So. Wie sieht es denn aus mit der. Der Vogt ist ein bisschen kränk. Der Lehmann hat sich wieder ein bisschen gesteigert. Vielleicht sollte man den Gerhard. Wie sieht es denn mit dem Gerhard aus? Wo ist denn überhaupt? Beservespieler. Achso. Hier sind die. Ah. Da habe ich mich. Der ist bei 100%. Dann tun wir jetzt mal den Gerhard gleich von vornherein rein. Und lassen dann. Welcher war das? Der Marot. Der muss auch raus. Der Marot vielleicht rein. Das ist ein Verteidiger. Der Marot ist auch ein Verteidiger. Also tauschen wir die beiden auch mal aus. So. Und dann haben wir noch den Vogt. Das ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Und der ist einfach nur Verteidiger oder defensiver Mittelfeldspieler? Haben wir noch einen defensiven Mittelfeld. Verteidiger Heinz. Linke Zentrale. Ja. Das sieht natürlich auch nicht so gut aus. Was so. Joritsch vielleicht. Komm her. Den Joritsch. Den machen wir auch nochmal rein. Für den Vogt. So. Ich würde sagen. Dann habe ich mich mal jetzt danach gehalten. Was so. Mir in den Kommentaren geschrieben worden sind. Das alle bei 100%. Wir können ja dann immer noch mal. Den Zoller oder sowas mit reinbringen. Wie sieht denn mit dem Osaku aus. Na dann geben wir auch nochmal eine Chance. Was soll's. Partie austragen. Ja gut. So machen wir es auch. Machen wir mal los. Schön. So machen wir es auch. Jetzt hinunter. So machen wir es auch. So machen wir es auch. Einguner. Na, oh, oh, da fressen wir wieder. Oh, oh, das war gut. Oh, oh, der war knapp. Der war knapp. Osako. Der spielt die Glitter, muss ich verstehen. Der hat ja früher bei Werner Bregen gespielt. Und nochmal. Oh, 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 Sako. Modest. Schade. So, dem hätte ich es jetzt auch gedacht. 3-0 wäre natürlich jetzt ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal beruhigender gewesen. Gut. Zurück zum Spiel. Oder wollen wir noch irgendwas wechseln? Wollen wir noch irgendwas wechseln? Jujic. Jujic. Hat nur noch 90. Da war der Vogt vorher drin. Der Vogt hat natürlich jetzt 98. Dann kommt der Jujic wieder raus. Haben wir noch einen, der ziemlich knapp unten ist. Der Svento. Svento. Den hat man denn da. Bittenkorn, Zoller, Heinz. Heinz ist ein Verteidiger. Den haben wir denn noch. Man könnte den Lehmann wieder reinbringen. Den Lehmann ist bei 94%. Ne, 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 ne. Risser hat auch noch 90%. Da können wir den Bittenkorn mal reinmachen. Dann kommen her. Das bestätigen wollen wir mal. Und dann spielen wir jetzt mal die zweite Halse. Ob wir sind. Ja, ja, ja. Die Hamburger. Die wollen wir in der Schrankweiße. Schön. Ja, aus. Rente. Der Lehmann, der muss wieder fit werden. Die Beste. Oh. Die fühlen sich aber jetzt in der zweiten Halse. Wie ein bisschen schwer. Oh, oh, oh. Na, das 2.0 wird ja wohl gehalten, oder? Na, dann bin ich zufrieden. Wenn die so schön war. Ach, ein Segen. Jetzt haben wir zwei Spiele schon hintereinander gewonnen. Und Schlüsselspieler war wieder der Marcel Risse. Der war das jetzt schon zweimal. Wenn ich mich so weit zurück erinnern kann. Ach, ist das beruhigend. Jetzt gewinne ich ja mal. Das ist hervorragend. So. Ja, Leute. Dann gucken wir noch mal schnell auf den Spieltag. Und jawoll, da sind meine Punkte. Das gibt natürlich auch Moral, ne, logischerweise. 200 SM-Credits haben wir gekriegt. So. Was haben wir denn jetzt hier? Hannover hat unentschieden gespielt. Frankfurt hat gewonnen gegen Stuttgart. Und ich habe gewonnen gegen Hamburg. Für euch. So. Dann wollen wir uns noch ganz schnell. Die Fans, natürlich sind sie froh. Logischerweise. Wir gehen jetzt zu den restlichen Spieltag. Die werden wir uns jetzt mal ganz schnell noch angucken. Und dann, damit wir die Tabelle vervollständigen können. Und dann soll es das auch gewesen sein. Oh, da. Bayern gewinnt 4-0 gegen Werder Bremen. Ja, Werder Bremen ist abgeschlagen. Borussia Dortmund schwächelt gegen Hertha. 0-0 nur. Und das zu Hause. Leverkusen gewinnt gegen Augsburg. Gladbach verliert gegen Wolfsburg. Aber gnadenlos. Und eine richtige Klatsche gekriegt. Und Schalke. Schalke. Haben jetzt die Hoffenheimer in die Schranken gewiesen. Mit 4-1. Das ist ein interessanter Tabellengang gleich. Der Sonntag ist vorbei. So. Der Montag. Montag. Gucken wir jetzt nochmal auf die Tabelle. Dortmund immer nach oben. Aber mit dem Unentschieden. Bayern kurz dahinter. Und die sind alle punktgleich da. Und Leverkusen. Leverkusen noch auf dem europäischen Platz. Und wir haben uns jetzt hochgearbeitet auf dem achten Platz. Wie viel Platz haben wir denn da noch? Das ist sehr gut. Augsburg mit 11 Punkten. Wir 17. Das ist sehr beruhigend. Gut. Leute. Das war jetzt das Spiel gegen Hamburg. Also haben wir Augsburg und Hamburg jetzt kurz hintereinander gesehen. Zwei Siege. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also. Ruhi Du. Bis dann. Ruhi Du. 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 Untertitelung des ZDF, 2020